hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von live is foil forest village und ich habe jetzt die tasten herausgefunden wie man reinzoomt und die nachricht ist wahrscheinlich ein bisschen uhrfreulich ähm ja so dann game go sounds hmmm gibt sie keine taste das ist gut da müsste ich das in OBS umstellen das möchte ich eigentlich nicht das Feld wird geerntet mal ganz kurz was ausprobieren aber so tue ich ja reinzoomen die aufnahme geht ja immer noch weiter das ist gut weil die aufnahme starten taste ist zufälligerweise die taste die im forest village äh hier auch reinzoomt dass ich das nicht mit dem ich ein mausrad machen muss nämlich ist die große plus taste auf dem zahnfeld auf der neuner tastatur rechte hand deswegen ist das ein wenig komisch aber man kann es leider nicht ändern man kann es leider nicht ändern und wenn man es leider nicht ändern kann dann ja hier ist es auch fast fällig fett und solz wir brauchen dringend mehr holz wir tun ja schon alles fällig wir tun ja schon alles fällig wir tun ja schon alles fällig das sind wahrscheinlich auch Obstbäume oder bin mir grad nicht sicher sieht zumindest aus wie eine Obstbäume hängt da was dran na hängt nix dran jetzt wird wieder Nacht und der Herbst ist da und die Leute müssen hier langsam ihr Brennholz wegwerfen und so eine Brennholzhütte die wollte ich nämlich gern bauen aber ich finde ja das nicht irgendwie hier kann es ja nicht drin sein hier kann es ja nicht drin sein so Feld hier noch Stall Windmühle Bäckerei schönen Dank auch und hier ist auch nichts weiter das ist eine Schmiedel Schneiderei Brennofen Brennofen und eine Schreinerei ich weiß nicht ob der Brennofen der Rennofen ist es auf jeden Fall nicht ich weiß jetzt nicht was von den beiden hier irgendwas macht das hieß ja ganz anders was ist das was ist das ok das ist ein Rund das ist ein Hafen und R drehen und R drehen ah ja achso ja schaut ein bisschen besser aus auf jeden Fall ein Krankenhaus ja dann hier eine kleine Apotheke eine Schule eine Taverne hier ist der Hafen hier ist der Pult genau hier kann man über die Brücken anfangen die Straßen genau ich hoffe wir haben jetzt hier genug Sachen äh wo steht denn das hier oben? Brennholz Später Erbst haben wir Rot Rot Fisch Fisch die müsste eigentlich nicht drin sein aber hier die haben wir das meiste Rot und Brennholz Rot und Brennholz Rot und Brennholz Rot und Brennholz und der auch können wir einen einstellen und hier auch einen und hier oben logischerweise auch einen so fängt es jetzt wieder damit an dass ich das Fenster jetzt hier wegklicke ja ja anscheinend schon teils niemand was auf dem Feld machen kann äh ich glaube da ist die Kartoffel glaube ich doch ein bisschen besser glaube ich doch ein bisschen besser jetzt kommt nämlich der Spätererbst in der Winter Höhe dann guckt euch die Sonne an die geht irgendwie so komisch Minecraftartig nach oben oder? was denkt ihr? es schneit minus 3 Grad langsam geführt alles jetzt hängen sogar die Hosen draußen jetzt hängen sogar die Hosen draußen finde ich ja lustig gespeichert jetzt heißt das Halloween Update sind ja überall Körbe so finde ich lustig sehr lustig sogar vielleicht gibt es ja bei mir eine Kraft auch ein bisschen was zu bestaunen dass da irgendwas lustig ausschaut jetzt tun unsere Holzreserven wieder in die Höhe schießen finde ich gut aber ich weiß trotzdem nicht was hier Quatsache ist kann ich mir hier für den irgendwas anschauen jetzt ist alles weiß was habe ich denn hinter verpasst jetzt einfach mal hier hinsetzen und wir lassen die Arbeiter hier mal machen alles aus zack 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 noch hier mal ein schönes Bild sein und jetzt machen wir alles wieder auf was Informationen sind das war eine Information und die Map was ist das was ist das und das okay okay gut gut ich bin mal gespannt was das wird hoffentlich hoffentlich das was ich möchte denn ich brauche definitiv mehr Brennholz weil mich macht er nur minus meines Erachtens nach macht er ja kein Plus drum so was machst du jetzt was machst was machst du jetzt bist fast fertig okay kohle redet das Rezept nee das wollte ich nicht das wollte ich nicht kohle wollte ich nicht herstellen das ist jetzt ein bisschen kritisch oder mal ich muss das mal ein bisschen verlangsamen das ist jetzt sehr kritisch ich stelle ich hier gab es da irgendwie Optionen ich will es mal ich will es mal ähm ich spiel speichern spiele bei Spiele speichern zack da gehen wir mal hier in das tutorial oder naja eigentlich nicht Wartet mal kurz, ich geh mal kurz ins Intralid hier und guck mal nach. Kugel. Zeit. So, läuft es Friday. Vorrast. Manage. Kie. Gibt es sogar. Kie ist gut. Das Wicke ist Englisch. Ein deutsches Wicke hier unten. Hier ist nur Forum. Das ist nicht das, was ich suche. Da müssen wir noch mehr hingehen. Und zwar Buildings. Closed Constructions. Das ist glaube ich. Firewood. Also Brennholz. Und was muss ich da jetzt tun? Genau. Die beschreiben mir nur. Firewood is on of resources in the game Faustville. Eieieieieiei. Ressourcen. Kann ich hier anklicken. Ja. Geh ich mal wieder auf die Startseite. Okay. Das bringt mich immer grad nicht weiter. So. Von da hin. Ich brauche dann nur die. Ne. 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 Das nicht. Buildings. Aber Buildings. Das bringt mir jetzt so. Auch irgendwie nicht weiter. Weil das alles Englisch ist. Ich könnte mir das hier nur grad hier. Ne. Hexendoktor steht hier auf einmal. Ne. Also Witch Doktor. Hexendoktor. Bringt mich nicht weiter. Spiele fortsetzen. Zack. Ich probiere das jetzt einfach mit dem Rennofen. Ja. Ich weiß nicht ob es korrekt ist. Oder ob das hier irgendwas anderes ist. Ne. Ne. Das fustet sich wahrscheinlich nicht. Was ist das hier? Scheiterhaufen. Das sieht nicht überhaupt aus. Hehe. Mh. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ich weiß grad gar nicht warum man das hier überhaupt hinsetzen muss. Kann doch eh nicht lösen. So. Hast du was drauf? Hast du was drauf? Fokuscheilchen find ich auch sehr interessant. Pointer. Zack. Ich bin jetzt jetzt mal da. Da hier. Den hier. Den möchte ich hier gern... Oh, aus, aus weg. Wo ist das hier? Oh ja, ne? Genau. Den hier. Ich seh das nicht. Winter. Nein, jetzt fangen die an. Was soll's denn sie schaffen? Ich find's nicht mehr. Warte mal, wenn ich jetzt... Ich hab nen Trick. Ist doch nicht. Schade. Schade. Aber hält der hier? Der aber hält. Okay. Der hier. Lacktittel. Der hier. Der hier. Das Fleisch ja. Wahrscheinlich auch nicht im Lager drin das Fleisch. Ich würd nur noch kein Fleisch haben, weil kein Fleisch ist nicht im Lager. Ne, kein Fleisch IST im Lager. Weil kein Fleisch IST NICHT im Lager, da ist Fleisch im Lager. Wünscherweise doppelt von einem. Das Fleisch Vorstones läch. Ausblenden Anzeigen im Lager. Edel gleich ist das Artenflanz heucht. Okay. Okay, okay. Haben wir das andere überhaupt gebaut? Der andere Brennofen? Was war das für Brennofen? Der hier, ne? Ich setz ihn jetzt einfach mal hier daneben. Hoffentlich kippt unser Baum ja nicht irgendwann um. Doch, er ist umgekippt. Schau. Also wenn die Bäume immer älter werden, dann kippt die auch irgendwann mal um. Gut zu wissen. Hier ist ein Bär. Hier überall Kürmisse drin. In den Häusern selbst auch? Ne, aber man kann hier... In den Häusern schneiden, das müssen wir noch mal ändern. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Ist noch ein bisschen eigenartig. Ich kann ja mal ganz kurz im Internet gucken. Und ihr Brennholz herstellen. Also Firewood. Craft Firewood. In First Village. So, nochmal. Google. Zack. Hier. Craft. Upsa. Craft. Fire. Wood. In. Forrest. In First Village. In First Village. In First Village. Das Ding haben wir ja schon gebaut. Aber ich könnte jetzt hier... Also ich übersetze es mal kurz. Also Firewood is made from logs at the... Lumberjacks Lodge. Also das Brennholz wird hergestellt aus normalen Baumstämmen. Lohischerweise das wussten wir ja schon. Aber der Lumberjack Lodge. Was ist die Lumberjack Lodge? Ist ein Lodge. Hm, gut. Die Kugelsätze hilft weiter. oder? Steuern-Lauke C. Das ist auch nicht aus der Zeit. V. Hilf's für Leute! Hehehehe. Eis Lumberjacks Lodge. Cool. Die haben wir nicht. Spiel. Wo haben wir hier unten Holzfälle, Leute, sagt mir das mal. Hier ist es nicht drin. Hier auch nicht. So, Fischer, Sammler, Jagdhütter, Garten, Feld, Bühnerstall, Windmühle, Bäckerei. Weiter. Zerba. Holzhackplatz. Also hier Forsthaus, Holzhackplatz. Steinbruch, Bergwerk, Lehmine, Schmiede. Ich glaube, das ist der Holzhackplatz. Bin mir nicht sicher, aber die machen Brennholz. Die wissen, was sie tun. Die machen das. Kann ich ja nicht bauen. Warum nicht? Dann kann ich ihn nicht bauen. Was entsteht hier? Nix. Dann kann ich ihn nicht bauen. Zack. Hin damit. Schnell, schnell, schnell. Und zack, Platz. Ah, der Renneofen, der wird mal kurz pausiert. Das ist mir gerade wichtiger hier. Ja. So, da. Ja, nicht ein PIN. Ist auch cool, ja. Kommst von weit hier und siehst du nur den Qualm. Von den Häusern hier. So. Ist 19. Ist 22. 34. 31. Hier wohnst du mir 5-Jährige. Okay. Okay. Das sind immer nur die Einwohner, die hier drinnen sind. So langsam weiß ich Bescheid. Ich will mir mal einen einstellen. Aber das macht... Nee, nee, nee. Zack. Mach mal. Mach mal, wenn hier... Sag mal. Winter ist mir das gerade zu riskant. Bei der Minus-Temperatur hier. Kommt doch an, wie lange wir noch Winter haben. Machen wir ja. Auf fast maximale Geschwindigkeit. Maximal ist mal 10. Aber so schnell möchte ich hier nicht... Durch die Jahreszeiten schweben. Ich bin gespannt, ob das Brennholz-Material ist. Brennholz-Material ist. Brennholz-Material ist. Dann machen wir noch mal einen ein. Wir müssen dringend hier die Bäume in unsere Umgebung mal fällen. Die hier in der Richtung sind. Und auch hier unten. Vor allem hier hinten. So, zack. Bisschen alle weg. Eigentlich müsste ja unser Steinvorrat in die Höhe schwellen. Aber ich weiß nicht, ob wir hier noch hochwertige Werkzeuge haben. Aber ich weiß nicht, ob wir hier noch hochwertige Werkzeuge haben. Wir haben 22 Stück. Die Grillen zacken. Und es ist schön. Und die Sonne geht auf. Es schneit wird zwar 2 Grad wieder, aber... Na gut. Gerade war ja noch selliges Wetter getragen. Winterende ist es. Und es wird auch, man sieht's, der Schnee ist schon weggetaucht. Obwohl wir noch minus 4 Grad sind. Das bedeutet... Da, wenn der Ende ist... Nehme ich hier mal einen auf. Den anderen, den brauch ich fürs Holz fällen. Oder machen wir mal noch so. Machen wir mal noch so. Das ist ja lustig. Aber jetzt wird's wieder Nacht. Ich finde den Nebel ein bisschen lästig. Aber ich... Ich kann das leider nicht entscheiden. Ich kann das leider nicht bestimmen. Ich frag mich immer noch, warum hier kein Schnee jetzt gerade liegt. Weil es schneit ja noch. Der Boden kann auch nicht so warm sein. Es war noch keine Brust gerade. Das können wir ja bloß einladen. Es ist immer noch etwas zu kalt. Aber... Im Vorfrühling... Kann man das ja mal tun. Und hier... Genau, der stellt jetzt Brennholz her. Automatisches Speichern. Gut. Das ist gut. Da haben wir hier jetzt mal... Alles weg. Weil... Hier jetzt ein Feld hinkommt. Und da setzen wir hier mal die Priorität... Auch ein bisschen höher. Dass hier gut gearbeitet wird. Zack, zack. Und da können wir nämlich hier schon mal... Das Feld... Hinsetzen. Jetzt ist es zu groß. Nein. Äh... Hier ist irgendwas rot. Ach... Das Feld ist dem Spiel zu groß. Okay. Das Feld ist dem Spiel zu groß. Okay. Das geht dann doch nicht. Aber das funktioniert schon mal. So... Ne... Das geht nicht. Schade. Aber das geht. Da können wir nämlich hier... Ups. Sorry. Mal den Feldweg. Das braucht der. Stein. Stein haben ja genug. Deswegen wird das wahrscheinlich das kleinere Übel sein. Und... Und... Zack. Zack. Und zack. Mal so... Nach drüben. Mal die frieren jetzt. Weil die nicht genug Brennholz haben. Und die brauchen wir auch essen. Ja, das wird ein harter Frühling. Wir sind sehr spät auf die Idee gekommen das zu bauen. Muss ich ehrlich zugeben. Wir müssen jetzt hier mal... Drei Leute einstellen. Haben grad gut Holz. Wir müssen hier auch mal gut Ressourcen schaffen. Flöster chart. Es geht nicht aus. Wir müssen jetzt hier mal vertraut werden. Tja. ae Halt, die Halt, die Halt, die Halt, die Halt und die Halt. Wenn es jetzt gleich wärmer wird, dann gehen die Frostzeichen hier weg. Noch ist ja noch keiner gestorben. Jetzt müssen wir ja mal die Priorität ein wenig höher setzen, upsala, nee, so ja, zack, da klappt das auch, so, tun wir dann so das anbauen, was wir gern wollen, und zwar, hier kommt Kaffeln, ok, hier kommt ein Bauer hin, hier war auch ein Bauer, das heißt wir haben zwei Bauern, ist das korrekt, nehmen wir noch einen. Wir müssen mal gucken, dass die auch alle auf einem Feld arbeiten, das ist ganz wichtig. Der ist gewittert. Die haben alle übelsten Hunger. Dann müssen wir mal hier etwas runterschrauben und etwas schnelles einstellen. Kommt mal der hier, was der überarbeitet. Er ermöglicht es, Sege anzuholen, diese Sammeln, Fälle und Fleisch und Schützen, Weiden und Menschen voll in dir. Da müssten wir? Garten? Nee, Garten nicht. Was war denn das hier? Apotheke? Ich brauch einen Sammler, einen Sammler war doch hier vorne irgendwo. Hier. Sammler. Sammler. Wir haben auch einen gewissen Radius. Wir haben auch einen gewissen Radius. Wir haben auch einen Pflanzen. Wir haben zum Beispiel. Sammler. Wir haben auch einen Pflanzen. Wie hat der da drin? Der ist schon zwei. Wenn der hier schon zwei Dinger hinten dran stehen hat. Ach, bei Arbeiter Ein Ding, ne? Also das Teil, okay Drei sind gestorben Das wird ein harter Kampf auf jeden Fall Muss ja dringend in der Apotheke hinsetzen Das geht leider nicht anders Zack Noch ist hier nix gebaut Noch könnte ich das mal kurz hier wegrupfen Mach ich auch Da hat mir jetzt gerade aufgefallen, es wäre viel sinnvoller, die hier hinzusetzen Passt ihr hören würden? So passt das Ding ja nicht hören würden Ja Echt jetzt? Wie würde es denn warten? Ja da sind alle drinnen Guck Ja da sind alle drinnen? Ja da sind alle drinnen? Das haben wir auch eingestellt Das ist jetzt gerade mal nicht wichtig Wir würden die Sammelhütte, die stand hier Guck mal auf Zack Sozusagen Für die Apotheke hier Wo ich jetzt auch mal die Priorität etwas erhöhe Indem ich den da mache Äh ne Zack Und auch mal eine nicht wieder beschleunige Weil das er hier langsam ausartet Die sterben ja alle weg Das ist ein bisschen Auf der Seite ist auch ganz schön weiter. Er bringt uns das gerade hier her. Wir müssen auf jeden Fall Nahrungsreserven schaffen. Ich baue uns mal so eine Fischeridee an. Mal schrumm. Zack. Zack. Ich habe jetzt noch drei Leute. Drei Leute. Zwei Leute. Zwei Leute. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Die haben alle Hunger. So. Das mal hier. Sofort. Am besten. Hm. Wenn ich hier mal einen Bau einstelle, der erstmal kurz erntet. Dass ihr was zu essen habt. Sofort. 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 Oh so, jetzt ist es wichtig. Nein, der stirbt jetzt auch gleich. Antein! 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 Antein in Schweizer Feld. Ja, sehr gut. Weiter machen wir nicht gut. Es ist hart. Sehr hart. Runden wurde noch nichts hingeschafft. Priorität erhöhen. Zack. Wir haben noch einen einzigen Bau. Dann steht auch noch nichts drüber. Der eine Bau, der schafft das. Ich weiß nicht, warum die hier rückmeckern, warum die zu kommen. Brot haben wahrscheinlich. Ah, jetzt. Vielleicht nur Kartoffeln. Darum soll man die Lübe brauchen, muss ich verstehen. Und der ist nämlich jetzt auf. Der Kester gibt's dir. So, geht das Feld ja mal ernten. Ja, ernten. Lass er mich auch gleich ein bisschen nach und hier... Okay, oder Fall um. Ja, meine lieben Freunde. Leider ist das hier draußen nichts geworden. Deswegen... Gebt mir Tipps, wie das weitergehen könnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie euch das Spiel im Großen und Ganzen gefällt. Ich glaube, ich habe den Fehler gemacht, weil ich den Holzhackerplatz zu spät gesetzt habe. Viel zu spät. Das war mein Fehler. Deswegen mache ich das in der nächsten Welt anders. Ich verabschiede mich. Und... Und... Ich sage... Großen und Ganzen... Hat mir ja gefallen. Und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Bin gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Katja... Und ja... Tschüss! Mach es euch! Musik